Unser Hagebaumarkt und Floraland. Am 1. Juli 2013 öffneten sich in Epplingen die Tore zu einer neuen Generation von Baumarkt- und Fachgartencenter. Modern und innovativ, aber auch praktisch und übersichtlich ist er geworden. Unser neuer Markt. Auf mehr als 10.000 Quadratmetern bieten wir unseren Kunden ein Komplettangebot für Heimwerker und Gartenliebhaber. Rund 60.000 Artikel stehen zur Auswahl. Unser Floraland ist eine bunte Oase. Hier findet sich alles, was Balkon und Garten schöner macht. Immer frisch und in Top-Qualität. Ein besonderes Highlight ist unsere Zooabteilung. Neben allerlei Zubehör haben wir eine große Auswahl an Haustieren, wie kleine Hasen, Fische, Schildkröten und viele andere Lebewesen, die die Herzen unserer Tierliebhaber höher schlagen lassen. Unseren Kunden stehen wir mit Rat und Tat zur Seite. Egal, welche Projekte sie vor sich haben. Ob sie ihrem Zuhause einen neuen Anstrich geben wollen oder einen Tapetenwechsel brauchen. Ob sie Bad oder Küche neu einrichten wollen. Bei uns finden sie immer einen Fachmann, der sie bestens berät. Service wird bei uns groß geschrieben. Wir beraten nicht nur, sondern packen auch mit an. Die Fragen unserer Kunden sind uns sehr wichtig. Zusammen finden wir für jedes Problem in Haus und Garten eine Lösung. Wir suchen ihnen die richtigen Produkte heraus oder finden Alternativen und geben Tipps zu Aufbau und Bedienung. Starke Marken und eine große Auswahl. An unsere Produkte haben wir höchste Ansprüche. Auch bei der Ausstattung unseres Marktes achten wir auf Qualität. LED-Beleuchtung, Fußbodenheizung, Dachbegrünung und eine Solaranlage. Der Hagebaumarkt und das Floraland vereinen Effizienz und Umweltschutz. Dass unser Markt heute glänzen kann, verdanken wir unseren Wurzeln. Gemeinsam haben die Firmen Hornung aus Stutensee und Gelett aus Landau eine neue Generation von Baumarkt- und Fachgartenzentren errichtet. Weitere Informationen finden Sie unter www.hagebaumarkt-ettlingen.de www.hagebaumarkt-ettlingen.de